Yo Leute, Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro und heute habe ich wirklich Aids an den Fingern. Das gibt es gar nicht. Ah, Burning Abyss. Wirklich das Burning Abyss Deck? Das könnte lustig werden. Oh mein Gott. So überraschende Plays. Moment, was? Infernoid? Okay. Okay, erstmal... Sehr schön. Dann... Das. Oh mein Gott, danke! Danke, 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 danke... Danke, 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 danke... Äh... Ja, ach so. Ich habe eine Snow. Juhu, ich habe eine Snow im Friedhof. Perfekt gemillt. Perfekt nachgemillt. Ja. Nein. Perfekt nachgemillt, würde ich mal sagen. Ähm... Eigentlich ihn. Eigentlich das Sinnvollste. So... Ähm... Dann würde ich sagen... Beschwören wir mal eine Lumina. Aktivieren wir. Schmeißen ihn. Und holen... Ein... Mal... Moment. Hier muss ein nicht verpflichtet Monster sein. Schade. Äh... 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 Ach... Nehmen wir trotzdem. Nehmen wir trotzdem sie. Äh... Falls diese Karte als normal oder speziell... Äh... Ist in Ordnung. Neh... Dann banische mal das. Dann aktivieren wir mal das. Dann würde ich einmal sagen... Das, das, das... Hoppala... Da bin ich ein bisschen zu weit. Das... Und... Keine Ahnung... Das, das... Das... Äh... Nö... Dein... Und... Ja... Und... Ja... Und... Ja... Es ist eine Fünferkette. Eins... Und... Noch eins... Und... Millen... Und noch mehr Millen... Und... Zack... Äh... Okay... 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 Äh... Äh... Hm... Hm... Spezialbesparen... Äh... He... He... Ich glaube... Lumina... Macht den meisten Sinn... Aktivieren... Aktivieren... Snow... Äh... 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 Nix vernünftiges gezogen... Scheinbar... Spezialbesparen... Dann aktivieren wir den Scheiß mal... Ne... Dann... Holt er wahrscheinlich seine Scheiße... Äh... 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 Ist mir schon klar... Was kommt... Äh... Dann... Müsste der kommen können... Pfff... Verdammt... Ich habe echt keinen im... Ich habe echt keinen drin... In Safe... Doch... Ich habe doch einen... Äh... In deinem Friedhof... Wähle einen Leute... Äh... Warum kann ich die jetzt nicht spielen? Das ist ein Bestrafungsdrache... Für... Deinen Urteilssachen... In deinem Friedhof... Füge... In deiner Hand hinzu... Dann lege die obersten vier Karten... Deines Decks... Auf den Friedhof... Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich den jetzt nicht spielen? Das wüsste ich jetzt gerne mal... Also Entschuldigung... Das ist jetzt aber... Echt Bullshit... Dass das jetzt nicht funktioniert... Na... Egal... Angreifen... Nein... Jetzt bin ich genervt... Nein... Äh... Ich mische alle Karten in den Friedhof... Okay... So... Das heißt... Das... Das... Nein... Nicht den... Oh... Moment... Ups... Das ist meine Hand... Äh... Das... 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 Bin mal gespannt... Ob Maw... Zweimal kommt... Das... Und... Keine Ahnung... Na... Lure... Ah... Ne... Mit Soulshot... Und... Na... Lure... Ne... Angreifen... Jo... Deswegen habe ich das so gemacht... Und... So... Main Phase 2... Setzen... 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 End Phase... So... Muss ich kurz ausgucken... Äh... Und... Aufgegeben... Jawoll... Cool... Sehr schön... Ich liebe dieses Deck... Ha... Meistens gewinne ich damit... Meistens... Nicht immer... Aber... Echt oft... Gut... Leute... Wenn es euch gefallen hat... Lasst einen Like da... Wird mich auf jeden Fall freuen... Und wir sehen uns das nächste Mal wieder... Bei Yu-Gi-Oh! für Death Pro Hot... So rein... Bis dahin... Ciao...